...hatte oder ob er die Idee hatte und wie sich das genau entwickelt hat, das hat er, glaube ich, so genau gar nicht gesagt. Auf jeden Fall ist es so, dass er so ein bisschen die Führung übernommen hat oder die Herrschaft, die Feldführung, wie sagt man? Ja, und dieses Lied muss ich dringend umschalten, bevor ich verzweifle. Das ist nämlich total schlimm, das Lied. Another Cigarette for Gul Mohamed heißt dieses Lied. Wir werden mal gucken, wie es ist. So, ja, Unger hat so ein bisschen einfach die Federführung am Start und, naja, Leute, die versuchen, über die Kommentare reinzukommen, indem sie sagen, kriege ich eine Einladung, kriege ich eine Einladung. Da hat er gesagt, geht gleich mal gar nicht. Oh, ein Herz. Das ist ja cool, wenn in Point of View wir dann da hinten die Herzen hochfliegen. Wow, guckt euch mal die ganzen Kühe an. Die Babykühe, wie abgefahren. Ja, alle, die so versuchen, irgendwie eine Einladung über die Kommentare heranzubekommen, die sind sehr gute Kandidaten dafür, dass sie niemals eine Einladung bekommen werden. Und deswegen werden uns wahrscheinlich alle sagen, nee, ich will nicht in Minecraft leben. Will ich niemals, weil sonst würde ich ja keine Einladung bekommen. Und, also verstehst du, ne? So. Ja, gut. Ist so, kann man nichts machen. Das heißt, alle sagen irgendwie, nee, bin ich nicht interessiert, hab ich keine Lust zu. Also, kann dann sein, dass man, wenn man sich, wenn man das besonders gut macht, das nicht Interesse bei Kunden, dass man dann eine Einladung bekommt. Und man sich notfalls wohl oder übel doch für das Projekt entscheiden muss. Könnte sein. Ist natürlich dann traurig, wenn man mitmachen muss, ist klar. Aber, könnte passieren. Also, ja. Projekt Minecraft leben. Da will niemand hin, aber man nimmt dann noch notfalls die Einladung an, wenn sie dann kommen sollte. Und es hilft da schon, aktiv in der Community zu sein. Das kann jeder YouTuber, glaube ich, alleine entscheiden, wen er da gerne drin hätte. Ich glaube, jeder hat da so seine Plätze, ähm, die er vergeben kann. Genau weiß ich das nicht. Ähm, hab mich jetzt da auch noch nicht aktiv drum bemüht, äh, eine Einladung zu bekommen. Aber, so, alle Kühe dürfen wir, glaube ich, auch nicht töten. Wie viel Leder haben wir denn schon? 27. Okay. Wieso haben meine Kühe eigentlich unterschiedliche Farben? Warum gibt's, äh, weiße und braune? Das habe ich noch nie gesehen. Ähm, jetzt nur bei diesem Texture-Pack. Wusste ich nicht. Ich dachte, alle Kühe haben das gleiche Geschlecht. Oder ist das einfach random, äh, eins braun und eins weiß? Naja, okay. Ähm, naja. Also, auf jeden Fall hat angefangen vor gar nicht allzu langer Zeit. Und innerhalb weniger Tage haben die Leute, die da mitgemacht haben, eine so dermaßen große Stadt aus dem, ähm, aus dem Boden gestampft. Und das ist echt abgefahren. Also, es war wirklich beeindruckend, was da innerhalb von kürzester Zeit, äh, entstanden ist. Und es wächst von Tag zu Tag immer mehr. Und das ist echt beeindruckend. Also, ich find's sehr cool. Und ich glaube, es passieren auch wenig schlimme Dinge. Also, dass Items geklaut werden oder so, passiert sowieso nicht. Weil du kannst deine Kiste sichern. Ähm, aber, ähm, dass irgendwas kaputt gemacht wird oder, weiß ich nicht, irgendwas in die Luft gesprengt wird oder irgendwas in der Art. Creeper haben sie sowieso entschärft. Ähm, Creeper können nichts mehr in die Luft sprengen, was ziemlich cool ist. Ähm, ja. Also, irgendwie ist das dann doch, äh, ganz, ganz angenehm so. So, so, und jetzt wollen wir mal ein paar Bücher machen. Und wie immer an dieser Stelle habe ich keine Ahnung, wie Bücher gehen. Yes. So, wie viele Bücher kriegen wir denn da aus? 37? Yep. Sehr gut. Äh, so und so. Dann haben wir Bücher. Und dann müssen wir nur noch Bücherregale bauen. Bringen wir mal so lange das andere Zeug zurück. Das weg. So. So. Und Bücherregale war noch mal wie. So und, ne, so mit Sicherheit nicht. So. Alter, immer das Gleiche. Nochmal ein Versuch. So. So. Yes. Sehr gut. Und ich könnte jetzt zwölf Bücherregale machen. Sieh ich das richtig? Ja, könnte ich, wenn ich genügend Holz gehabt hätte. Das ist schon mal wunderbar. Damit können wir dann gleich weitermachen. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Holz an den Start. So, mal gucken. Ah, Aufnahme läuft noch. Okay. So. Bücher in die Mitte. Und, jawohl. Reicht perfekt. Zack. Zwölf Stück. Wunderbar. Ein Buch ist übrig. Ich überlege gerade. Kann man in Büchern nicht irgendwie was... Was reinschreiben? Wie war denn das? Wie geht denn das? Das muss ich mal nochmal lernen. Wie das funktioniert. So ein paar Sachen muss ich einfach nochmal nachschlagen. Nachschauen. Ähm, und ja. Ich würde sagen, dann tun wir das Buch zurück und nehmen unsere zwölf Bücher. Oh, da haben wir nochmal. Oh, da können wir noch ein Regal machen. Das machen wir natürlich. So. Haben wir sechs, ja. Babam. Und noch eins. Dann sind es 13. Oh, oh, 13. Die Unglückszahl. Boah. Egal. So. Ähm. Was haben wir denn hier noch? Oh, da haben wir Eisen. Das nehmen wir natürlich mit. Und, haben wir hier noch was drin? Nö. Okay. Alles gut. Wir haben Nacht, deswegen machen wir ein kleines Schläfchen. Ähm. Gute Nacht. Oh. Oh. So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Und wir machen uns auf den Weg in unser Haupthafengebäude. Boah, das Lied muss ich auch mal löschen. Okay. Das können wir mal ausprobieren, das Lied. Ich habe ein paar neue Tracks drin in der Playlist. Und ich hoffe, dass YouTube kein Problem mit denen hat. Ähm. Sind eigentlich GEMA-frei. Beziehungsweise Creative Commons-Mucke. Von dem her. Guten Morgen, die Herrschaften. Müsste eigentlich alles gut sein. Ähm. Aber man weiß ja nicht. So, auf geht's zu unserem Hafen. Ja, und dann schauen wir mal, ähm, wie wir unsere 13 Bücherregale noch unterbringen. Wir haben da ja noch ein bisschen was vor. Haben wir eigentlich noch anderes Material am Start? Nicht wirklich viel. Da können wir doch... Habe ich das jetzt alles wieder zurückgelassen? Da können wir gucken, ob wir das hier drin haben. Dann können wir das gleich wieder mit einpacken. Ja klar, hier haben wir natürlich nicht allzu viel dabei. Ähm. Tolle Wurst. Dann müssen wir noch mal ganz kurz zurück. Das tut mir leid. Ähm. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen was zu besprechen von dem her. Kein so ein großes Problem. Ja, Minecraft Leben. Also nach wenigen Tagen schon eine richtig fette Stadt mit wirklich tollen Bauten am Start. Und, ähm, richtig viele YouTuber, die man kennt. Ähm. Also, eigentlich wie alle YouTuber, die man kennt, die irgendwas mit Minecraft machen. Und die Bock haben auf was. Ähm. Sehr cool. Ähm. Muss ich sagen, hat er um ein geiles Projekt an den Start gebracht. Da kann er wirklich stolz sein. Und das ohne MCN. Respekt. Wie hat er das nur hinbekommen? Ganz einfach. Indem er ein paar coole Freunde hat, die ihm dabei geholfen haben, Server aufzusetzen, zu konfigurieren, Community Management zu machen und so weiter und so fort. Also da hat er einfach wirklich viele Leute am Start gehabt, die ihm geholfen haben. Und, ähm, dann ist alles gut. So. Ja. Hier haben wir natürlich auch viel Zeug. Das können wir alles mitnehmen. Bam, bam, bam. Aber wir werden jetzt drüben relativ viel bauen. Das, da, das, da, das, da. Also das, da. Brauchen wir eigentlich Zepplinge? Ähm. Nehmen wir mal mit. Also wir werden ja auch viel Holz brauchen. Äh. Spruce Wood nehmen wir auch mit. Brauchen wir nämlich auch. Jungle Wood brauchen wir nicht so sehr. Schilder werden wir auch brauchen. Das ist klar. So, hier, das brauchen wir auf jeden Fall auch. Eine Werkbank weiß ich gerade nicht. Haben wir noch Platz dafür? Jawohl. Nochmal sechs Bücher. Hossa. Ja, dann nehmen wir die doch und, ähm, machen dann nochmal zwei Regale draus. Gut, dass wir nochmal zurückgekommen sind. Aber wir haben nicht genügend normale Holzbretter. Äh. Äh. Nehmen wir nämlich Spruce Wood, Spruce Wood, Dark Oak Wood. Ha. Hm. Hm. Äh. Werden das dann dunkle, ähm, Regale? Nö. Sind gleichfarbig. Okay. Äh. Das hätte mich auch gewundert. Aber wäre natürlich schon auch irgendwie geil gewesen. So. Ihr hört jetzt übrigens kein Plöpp mehr, wenn ich was aufnehme, sondern ein... Na, ich mach das mal hier jetzt vor. Habt ihr gehört? Finde ich ein bisschen angenehmer. Ähm. Ja. Liegt aber nicht an mir. Hab ich nicht extra gemacht, sondern ist das, ist das, äh, Skinpack, das, ähm, ja. Das ist das. So. Da haben wir noch zwei Weizen dabei. Die hätten wir eigentlich auch kurz ablegen können. Aber jetzt ist gut. Jetzt gehen wir mal zum Hafen. So. Wunderbar. Ja, ähm, was wollte ich sagen? Unge hat natürlich das Projekt gemacht. Und von dem her ist alles gut. Ähm. Finde ich bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob es schon mal so ein fettes Projekt gab. Ich bin jetzt ja auch nicht so lange irgendwie bei Minecraft dabei. Ähm, ich weiß, dass es ja so ein paar Projekte, wie zum Beispiel Waro oder so gibt, wo auch viele Leute mitmachen, wo auch viele beteiligt sind bei der Orga und so weiter. Und dass die Dinger hier nicht wachsen, ist aber auch super nervig, oder? Mann, ey. Ähm. Ja, ähm. Das finde ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Und natürlich hat das Projekt eine unfassbare Zuschauerzahl. Also, wie viele Millionen sich das gerade angucken, oder wie viele, ja, wirklich Millionen, weil die haben auch Millionen Abonnenten, ist einfach unfassbar. Ähm, mehr, so dieses Projekt hat mehr Reichweite wie so eine durchschnittliche Fernsehsendung, ne? Ähm. Mit so einer Minecraft-Map. So einem Spiel mit so Klötzchen. Abgefahren. Einfach abgefahren. Ähm. So, dann wollen wir mal gucken, wo haben wir denn hier noch Regale? Ja, hier können wir noch ein bisschen Regale rüberziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nur sechs, weil das können wir sparen. Sechs, sieben, acht, da können wir ein Ding reinmachen. Neun. Hier können wir nichts hinmachen, weil sonst ist es zugepackt. Vielleicht machen wir es hier unten auch nicht. Da können wir uns, ja, das geht natürlich nicht, ne? Weil hier haben wir ja den Durchgang. Das heißt, maximal hier. Das können wir aber schon mal hinpacken. So. Und eigentlich bräuchten wir auch eine Spitzhacke der Behutsamkeit, um hier so ein bisschen, wenn wir einen Fehler machen, was zu bauen. So ist es dann aber eigentlich okay, weil wir müssen ja hier auch noch durchlaufen, ne? Ähm. Hier kann aber noch was hin. Das passt schon. Und hier oben haben wir ja natürlich auch noch ein bisschen was zu tun. Weil hier haben wir ja eigentlich auch noch so eine Theke. Die könnten wir hier auch hinbauen. Oder aber wir machen das hier mit den Bücherregalen. Da weiß ich noch nicht so genau, was ich dazu machen soll. Was haben wir denn hier? Bis dahin geht das. Wir können natürlich hier eins, zwei, drei rüber. Und dann nochmal. Ich glaube, das ist in Ordnung. Noch eins. Ja. So, hier den. Genau. Und dann machen wir das hier hin. Bäm. Super. Ja, kann man machen. Das ist doch cool. Das ist doch ganz cool. Hier kann man dann Sachen ausfüllen und beantragen. Dann geht man hier rüber, bekommt das Buch. Das ist doch geil. Also, eigentlich ganz gut. Hier hinten würde ich jetzt aber auch noch gerne irgendwie eine Auflage oder so machen. Nochmal sowas, damit es ein bisschen mehr nach Busy aussieht. Dafür brauchen wir Wolle. Und ja, ist das eigentlich ein dunkles Holz? Nein. Drüben haben wir auch kein dunkles Holz, ne? Ja, wir haben im ganzen Haus helles Holz, als diese Pfosten hier benutzt, was auch okay ist. Mittlerweile kann man Zäune ja bei 1.8 auch mit dunklem Holz machen oder einfach mit anderem Holz. Kann auch helleres Holz sein, wenn es Birkenholz ist zum Beispiel. Kann man alles tun. Ist also cool. Und ich nehme mal ein Schlückchen Milch von unseren eigenen Kühen gezapft. Großartig. Und dann schauen wir mal kurz. Ich glaube, ich habe gerade auf Twitter was bekommen. Nope. Das war ein anderes soziales Netzwerk. Aber das muss uns gar nicht groß interessieren. So. Wenn ich ab und zu mal streamen würde. Streaming ist gerade so bei den ganzen YouTubern irgendwie voll hip. Finde ich eigentlich auch ganz geil Streaming. Weil da hat man nicht so das Problem der Formatbegrenzung. Man kriegt ein bisschen was gebacken. Ne? Kriegt ein bisschen was gebacken. Und kann Dinge tun, für die man sonst eigentlich keine Zeit hat. Oder das eben im Off machen muss. Was aber dann nicht so gut ist. Weil eigentlich will man die Community ja irgendwie dabei haben. So. Das heißt, die Frage besteht. Wollt ihr ein bisschen mit mir streamen? Soll ich ein bisschen streamen? Soll ich Dinge tun? Würde ich eigentlich ganz gerne tun. Aber nicht ohne das. Wenn ihr mir was. Ihr müsst es mir also sozusagen sagen. Dann würde ich das tun. So. Wir müssen auch noch unbedingt was mit dieser Fackel da hinten tun. Das tut mir so in den Augen weh. Wenn ich sehe, wie diese Flamme da in diese Bücher reinbrennen. Das heißt, wir müssten eigentlich hier nochmal für ein anderes Licht sorgen. Hier einfach eine Melone reinpacken. Halte ich auch irgendwie für eine schlechte Idee. Tja. Hm. Vielleicht machen wir hier eine indirekte Beleuchtung über den Boden. Das wäre natürlich geil. Muss ich ehrlich sagen. Dann könnten wir hier unten einfach so eine ganze Phalanx an Bodentanks machen. Mit beleuchteten Kürbissen. Das fände ich ehrlich gesagt ein bisschen geiler. Als hier einfach nur so eine Fackel hinzupinnen. Hier haben wir ja eine Fackel. Über die Beleuchtung haben wir uns hier intern noch keine so großen Gedanken gemacht. Hier ist das gleiche Problem. Bam. Oh. Alles klar. Moment. Das hier. Merci. Macht nämlich eigentlich nicht so viel Sinn. Da muss man vielleicht mal ein bisschen drauf achten. Hier wäre es so ähnlich. Der Abstand ist aber ein bisschen größer. Das geht schon. Ja. Beleuchtung und so. Muss man schon ein bisschen. Ein bisschen besser machen. Ja. Ich würde sagen. Ich besorge uns jetzt mal ein paar Kürbisse. Mit stereotypisch. Ich ... Hier.